Herr Saul, der Automechaniker mit nordischem Flair, der garantiert jede lockere Schaube findet, mag geräumige Autos, er empfiehlt den Ford Transit Custom. Und Herrn Kern, der Verkäufer mit Begeisterung für große Ladeflächen, wenn es um Nutzfahrzeuge geht. Wir sind die Emich frei in Münchenstein. Wir sind die Emich frei in Münchenstein.